Warum fahren wir nicht, Feldmarschall? Kaiserliche Hoheit, ich vermute, es ist eine Falle. Gut, diesmal fallen wir nicht darauf ein. Wie Sie wünschen, Meister. Wofür haben wir denn unser Navigationssystem? Wo soll's denn hingehen? Schloss Neuzahnstein, Busseweg 19, Rückgebäude. Ihre Hose wird berechnet. Danke. Das könnte man ja auch mal ein bisschen freundlicher sagen. Ach du liebe Zeit, was ist denn das für ein Kaff? Wenn möglich, bitte wenden. Höher! Linksrum, ihr Lipizzaner. Ho, 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 ho. Nach 500 Metern heißt es abgießen und dem Schotterweg folgen. Dem Schotterweg folgen. Höher, schwingt die Hufe. Immer schön langsam mit den jungen Pferden, sonst laufen uns die Stuten wieder heiß.